Das neue Traumhaus. Vielleicht aber auch eine Wohnung im Altbaustil. Der Kauf einer Wunschimmobilie bringt einiges mit sich. Schön, wenn man die ersten Schritte bequem zu Hause oder auch unterwegs erledigen kann. Denn wer sein Traumhaus oder ein Immobilienschnäppchen entdeckt, muss schnell reagieren können. Was kann ich mir eigentlich leisten? Wie ist die Lage zu bewerten? Ist der Preis fair? Wie stelle ich schnell einen Kreditantrag? Das zu klären kann dauern. Muss es aber nicht. Die Baufinanzierungs-App der Commerzbank macht es möglich. Mit wenigen Eingaben erhalte ich alle wichtigen Infos auf einen Blick. Der Budgetrechner zeigt mir, was ich mir leisten könnte. So kann ich gezielt nach passenden Immobilien suchen. Damit habe ich Zugriff auf alle Angebote in Deutschlands größtem Immobilienportal. Und wenn mir was gefällt, kann ich es gleich bewerten lassen und schauen, ob der Preis fair ist. Das gibt mir eine viel bessere Position, um mit dem Verkäufer oder Makler zu verhandeln. Steht der Verkaufspreis dann fest, kann ich in wenigen Schritten ein konkretes, für mich unverbindliches Kreditangebot erstellen lassen. Und ich erhalte ein Zertifikat der Commerzbank für den Verkäufer, ob ich mir die Immobilie auch wirklich leisten kann. So ist auch der Darlehensantrag gleich erstellt. Alle dafür benötigten Dokumente kann ich bequem mit dem Smartphone einscannen. Prima, wie schnell das geklappt hat. Schnell und einfach ins neue Heim. Die neue Baufinanzierungs-App der Commerzbank. Damit die Traumimmobilie kein Luftschloss bleibt. Jetzt im Store.